Kampanke-Nurve, der kann die Brüße setzen. Alle ganz nah dicht beieinander. Gegen sie. Nein, gedreht. P1A Racing Team lässt sich hier nicht die Kunde vom Hupen nehmen. Geht auf Platz 1. Mit ein bisschen Bulk gebremst. Die 422 jetzt auf der 1. Danke, Frau Wohler. Frau Wohler geht hier mal auf der 1. Mit Bulk rein. IAT-Js auf der 1. Jetzt nach dem Angriff auf Platz 1. Mit der 836. Nein, die Rallye-Bulz geht noch mal hin vorbei. Dann wie der Wiedertrieb ist. Tag Schraub 생각 auf der 1. Nicht nach dem Angriff auf der 1. Hupen, die Rallye-Bulz geht noch mal hin. Jetzt kommt der Rallye-Bulz. Gäste von der Kurve aus. Technische Anange. Beinfahrzeug. Warnung Bolz auf 1. 24. Die Tauder auf der 2. Auf die 17. Auf die 17. Die Vierer 22, die Paula, auf der 1. Das gibt es hier, sie wird noch rechnen für Platz 2 heute mal. Hier sieht der Punkt, die Jungs und Mädels waren jeder.